Mary Jones und ihre Bibel von Dedeke den Hahn Copyright der deutschen Ausgabe beim Verlag Voice of Hope Gelesen von Lisa Derksen Vorwort In diesem Buch geht es um Mary Jones. Mary Jones lebte von 1784 bis 1866 in Wales im Dorf Lanfjangel, Upenant. In der Zeit, als Mary Jones lebte, gab es nur sehr wenige Bibeln in der walisischen Sprache zu kaufen. Und die Bibeln, die es gab, waren sehr teuer. Mary liebte es, biblische Geschichten zu hören. Aber noch mehr als das wünschte sie sich, die Bibel selber lesen zu können. Es gab keine einzige Bibel in Marysheim. Ihre Eltern waren zu arm, um eine Bibel zu kaufen. Deshalb hatte Mary einen Plan. Sie hatte sich entschieden, ihr eigenes Geld zu sparen, um eine Bibel zu kaufen. Das ist die Geschichte, wie der Herr für Mary sorgte und sich kümmerte, dass Mary eine Bibel erhielt. Summ, 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 summ. Es ist, als ob die Bienen um Marys Kopf herum singen. Mary reinigt seelenruhig den Bienenkorb. Eine Biene kommt und setzt sich sanft auf ihre Hand. Aber die Biene sticht Mary nicht. Sieh nur, sieh doch nur, eine Biene krabbelt auf ihrer Wange. Aber Mary jagt sie nicht weg. Sie fürchtet sich nicht vor den Bienen. Und die Bienen fürchten sich nicht vor ihr. Es sieht ganz danach aus, dass Mary und die Bienen Freunde sind. Summ, 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 summ. Hör genau hin! Mary singt! Sie singt einen Psalm! Mary hat ihn von ihrer Mutter gelernt. Währenddessen erledigt sie ihre Aufgaben glücklich und zufrieden. Ein bisschen später geht sie zum Hühnerstall. Zuerst füttert sie die Hühner, dann sammelt sie die Eier ein und geht zurück ins Haus. Mary sieht ihren Vater am Webstuhl sitzen. Er ist damit beschäftigt, ein neues Stück Stoff zu weben. Mutter hilft ihm dabei. Wenn es fertig ist, wird Vater es in der Stadt verkaufen. Mary weiß, dass Vater nicht viel Geld dafür bekommen wird. Ihre Eltern sind arm. Es gibt nur sehr wenige Dinge in ihrer Stube. Einen Tisch, drei Stühle und einen Schrank. Noch nie haben Vater und Mutter sich beklagt. Sie sagen zu Mary, wir haben genug. Es gibt jeden Tag genug zu essen. Und für uns alle warme Kleidung. Und wir haben sogar Holz für den Kamin. Mary wünscht sich, es wäre schon Sonntag. Am Sonntag rührt Vater den Webstuhl nicht an. Stattdessen erzählt er wundervolle Geschichten aus der Bibel. Mary macht ihre Arbeit gewissenhaft. Sie putzt den Boden und fegt den Weg vor dem Haus. Auch jätet sie den Garten. Damit hilft sie ihren Eltern. Wenn Mary mit ihrer Arbeit fertig ist, geht sie vor das Haus. Dort steht eine alte Bank. Oft sitzt sie da und denkt nach. Auch jetzt ist Mary auf ihrem Platz und starrt in die Ferne. Kadea Idris ist ein sehr hoher Berg. Mary stellt sich vor, dass es einen Steinfad den Berg hinauf gibt. Genau wie auf dem Berg Moria, den Abraham mit seinem Sohn Isaac bestieg. Isaac trug das Holz. Bald fragte er seinen Vater, wo ist das Lamm? Plötzlich redet Mary laut vor sich hin und antwortet so, wie es in der Bibel steht. Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Mary sieht den Sonnenuntergang. Wie wunderschön sieht die Landschaft nun aus. Er erinnert Mary an eine Geschichte über den Herrn Jesus. Er bestieg den Berg am See, um zu beten. Dann segelte er mit seinen Jüngern auf dem See. Bald erhob sich ein großer Sturm. Oh, denkt Mary, wenn der Herr Jesus doch heute immer noch hier wäre, dann könnte er mir so viel mehr erzählen. Mary, Mary, kommst du zum Abendessen? Mary zog zusammen. Hat sie so lange da gesessen? Wenn sie nur mehr biblische Geschichten kennen würde, wie schade, dass sie keine eigene Bibel im Haus haben. Mary steht traurig auf und geht hinein. Mutter, fragt Mary, warum haben wir keine Bibel? Dann könnte ich lernen, die Geschichten aus der Bibel sonntags selbst zu lesen. Ach, liebes Kind, sagt Mutter traurig, es gibt so wenige Bibeln in Wales und sie sind sehr teuer. Wir haben nicht genug Geld, um eine Bibel zu kaufen. Hör Vater sonntags nur genau zu. Er wird dir die Geschichten aus der Bibel erzählen. Gib du nur dein Bestes, um sie dir zu merken. Mary nickt. Ja, Vater erzählt die Geschichten wundervoll. Mary denkt weiter nach, selbst nachdem sie zu Bett gegangen ist. Wenn ich nur lesen könnte. Wenn ich nur eine Bibel hätte. Das sind die zwei Dinge, die ich mir von ganzem Herzen wünsche. Dann schläft Mary ein. Am Sonntag sagt Vater, komm und setz dich auf meinen Schoß, Mary. Ich werde dir eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Mary schmiegt sich an ihren Vater. Das ist der beste Teil am Sonntag. Ich mag es so sehr, wenn Vater Geschichten aus der Bibel erzählt, denkt sie. Vaters ruhige Stimme erfüllt den Raum. Er erzählt von David, wie er die Schafe hütet, aber auch, wie er den Riesen Goliath bekämpft. Mary schaut die ganze Zeit zu Vater auf. Ihre Wangen sind vom konzentrierten Zuhören gerötet. Ihre dunklen Augen beginnen zu funkeln. Was für ein starker Mann ist David doch gewesen, denkt sie. Mutter schaut still ihren Mann und ihr kleines Mädchen an. Wir sind so gesegnet. Nur wenige Wochen später wird Vater krank. Er kann nicht zur Kirche gehen. Mutter sagt, Mary, heute Abend darfst du mit mir in die Kirche gehen. Wirklich, ruft Mary aus. Das ist ja großartig. Geh und such die Laterne, fordert Mutter sie auf. Es wird im Herbst früh dunkel. Mary findet die Laterne. Dann geht sie zum Kamin und wirft noch ein paar Holzscheite ins Feuer. Komm hierhin, Vater. Es wird jetzt schön warm für dich bleiben. Zu schade, dass du nicht mit uns kommen kannst. Mary drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Hör aufmerksam zu, sagt Vater. Wenn du heimkommst, möchte ich, dass du mir alles erzählst. Das werde ich, Vater, antwortet Mary. Ich freue mich wirklich sehr, zur Kirche zu gehen. Das wissen wir, bestätigt Mutter. Komm jetzt, es wird Zeit. Gemeinsam verlassen sie das Haus. Es ist draußen sehr dunkel und kalt. Der Wind bläst die Blätter von den Bäumen. Mary trägt die Laterne. Sie weiß genau, wie man sie tragen muss. Das Licht muss den Pfad vor ihren Füßen erleuchten. Dann können sie sehen, wohin der Pfad führt. Ohne die Laterne wäre es gefährlich zu gehen. Mutter schaut auf die Laterne und nimmt Marys Hand. Dann sagt sie, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mary ist überrascht. Ich habe gerade auch an diesen Bibelfers gedacht. Aber ich würde so gern mehr Verse lernen. Ja, Kind, seufzt Mutter. Ich würde dir gern viel mehr Verse beibringen. Aber ich weiß selber nicht so viele. Es ist so eine lange Zeit vergangen, seitdem ich sie gelernt habe. Und wir haben keine Bibel. Schweigsam gehen Mutter und Kind weiter. Sie müssen vorsichtig sein. Der Pfad ist voller Steine und Schlaglöcher. Endlich kommen sie sicher in der Kirche an. Der Gottesdienst hat bereits begonnen. Farmer Evans rückt ein wenig weiter. Jetzt passen Mary und ihre Mutter auch in die Kirchenbank. Mary ist das einzige Kind in der Kirche. Aber das beachtet niemand. Mary sitzt ruhig und hört gut zu. Mary schaut wieder sehr konzentriert. Dieses Mal jedoch zum Pfarrer. Sie scheint tief in Gedanken versunken zu sein. Farmer Evans teilt mit Mary sein Psalmenbuch. Aber Mary kann nicht lesen. Wie unangenehm das für sie ist. Glücklicherweise kennt sie viele Psalmen auswendig. Mary singt mit den Erwachsenen in der Gemeinde ehrfürchtig mit. Nach dem Gottesdienst schließt sich Farmer Evans Mary und ihrer Mutter für eine kurze Strecke auf ihrem Heimweg an. Er legt seine Hand auf Marys Schulter. Mary, sagt Farmer Evans, du bist noch sehr jung, aber das ist nicht schlimm. Der Herr hat eine Herde. In dieser Herde gibt es Schafe, aber auch kleine Lämmer. Der Herr freut sich, wenn auch Kinder ihn suchen und im frühen Alter schon lernen, auf seine Stimme zu hören. Einige Wochen vergehen. Es ist Mittag. Vater und Mutter sind mit ihrer Arbeit schwer beschäftigt. Auf Marys Schoß liegt ein Rock, der einen Riss hat. Mary näht gerade ein Flicken darauf. Dann wird der Riss nicht länger zu sehen sein. Guten Tag. Das ist die Stimme von Frau Evans. Wie geht es Ihnen, fragt sie Marys Vater. Sind Sie immer noch krank? Frau Evans spricht eine Weile mit Vater und Mutter. Dann sieht sie auch Mary da sitzen. Hallo Mary, hörst du immer noch so gerne Geschichten aus der Bibel? Vater antwortet für sie. Noch mehr als früher. Sie ist bereits acht Jahre alt, aber sie kann immer noch nicht lesen. Mary schaut auf. Eine Träne fällt auf ihren Schoß. Oh, wenn ich doch nur lesen könnte. Dann könnte ich diese schönen Geschichten aus der Bibel selber lesen. Ja, sagt Frau Evans. Das ist wirklich traurig. Es gibt viel zu wenige Bibeln in unserem Land. Und eine walisische Bibel ist sehr teuer. Ich hoffe, dass bald neue Bibeln gedruckt werden. Hast du ein paar Eier für mich, fragt Frau Evans Marys Mutter. Mutter sieht Mary an und bittet sie, Mary, bringst du bitte Frau Evans ein Korb frischer Eier? Mary steht auf und geht nach draußen. Kurz darauf kehrt sie wieder zurück. In ihrer Hand trägt sie einen Korb mit einem Dutzend Eiern. Frau Evans bezahlt für diese Eier und legt sie in ihre Tasche. Oh, und Mary sagt sie, sobald du lesen kannst und wenn du dann immer noch keine Bibel hast, darfst du immer zu unserer Farm kommen und unsere Bibel lesen. Also, wenn du bereit bist, so weit zu gehen. Mary schaut auf in das freundliche Gesicht von Frau Evans. Ich würde liebend gern kommen. Es ist nur eine halbe Stunde zu gehen. Für so etwas Gutes würde ich noch viel weiter gehen. Einen Moment lang war es still. Dann seufzt Mary traurig. Ach, wenn ich nur lesen könnte. Hör zu, Mary, erwidert Frau Evans. Der Herr kann alles tun. Er hat dir den Wunsch gegeben, lesen zu lernen. Deshalb wird er dafür sorgen, dass du eine Bibel bekommst. Wenn es auch unmöglich scheint, dass so etwas passiert, so ist doch für den Herrn nichts zu schwer. Denke immer daran. Frau Evans macht sich auf den Heimweg. Mary geht mit ihr zur Tür und sieht zu, wie sich das Pferd mit dem Wagen entfernt. Herr, betet Mary, darf ich bitte lesen lernen? Dann dreht sie sich um und schließt die Tür hinter sich. Zwei Jahre sind vergangen. Mary ist jetzt zehn Jahre alt. Aber sie kann immer noch nicht lesen. Und es gibt immer noch keine Bibel bei ihr zu Hause. Mary hilft ihrer Mutter jeden Tag, sodass Mutter dem Vater jeden Tag beim Weben helfen kann. Eines Tages kommt Vater aus der Stadt zurück. Er hat dort den gewebten Stoff verkauft. Mary erblickt ihren Vater von Weitem. Er sieht sehr glücklich aus. Als Vater daheim ankommt, fragt sie ihn sofort, Was ist, Vater? Warum bist du so glücklich? Komm und setz dich auf meinen Schoß, mein Mädchen, sagt Vater. Es geht um dich. Erzähl es uns, sagt Mutter. Wir möchten es so gern wissen. Mary, sagt Vater, schon bald kannst du lesen lernen. Ein Schulhaus wird gebaut und es gibt bereits einen Lehrer. Die Schule öffnet in drei Wochen. Aber du wirst drei Kilometer weit zur Schule gehen müssen. Mary gibt ihr Bestes in der Schule. Sie genießt das Lernen. Sehr bald kann Mary lesen und schreiben. Mary ist auch sehr freundlich zu den anderen Kindern. Sie hilft ihnen, wann immer sie es brauchen. Eines Tages kommt ein kleines Mädchen weinend zur Schule. Auf meinem Schulweg war gerade ein Hund. Er packte mein Lunchpaket und rannte weg. Jetzt habe ich nichts zu essen. Einige der Mädchen lachen es aus. Du hättest dem Hund hinterher rennen sollen. Mary lacht nicht mit den anderen Kindern. Sie geht hinüber zu dem kleinen Mädchen. Sie flüstert ihm etwas ins Ohr. Dann wischt Mary ihm die Tränen ab und es ist wieder glücklich. In der Mittagspause geht Mary zu dem kleinen Mädchen und setzt sich zu ihm. Mary teilt ihr Essen mit ihm. Die anderen Kinder beobachten sie. Sie sind beschämt und denken, wie gut Mary für dieses Mädchen sorgt. Morgens wacht Mary sehr früh auf. Zuerst hilft sie ihrer Mutter. Nachdem sie ihr Frühstück gegessen hat, geht sie zur Schule. Marys Schulweg dauert länger als eine halbe Stunde. Aber das macht ihr nichts aus. Mary freut sich auf die Schule. Sie verfolgt die Lektionen sehr aufmerksam. Das hilft ihr viel zu lernen. Einer der Jungen hat im Unterricht nicht gut aufgepasst. Er muss nach dem Schulschluss nachsitzen. Mit Tränen in den Augen sieht der Junge auf seine Schiefertafel. Er beginnt zu weinen. Mary hat Kopfschmerzen. Sie würde jetzt so gerne nach Hause gehen. Aber als sie Robbie weinen sieht, vergisst sie ihre Kopfschmerzen. Was fehlt dir? Fragt sie. Oh, ich sehe. Du hast die Rechenaufgaben nicht gemacht. Ich darf deine Aufgaben nicht für dich machen. Denn das wäre nicht gerecht. Aber ich darf dir helfen. Komm schon. Lass uns mit einer sauberen Schiefertafel beginnen. Ich spitze zuerst deinen Stift. Dann erklärt Mary, wie man die Rechenaufgaben lösen muss. Und Robbie konzentriert sich auf die Übungen. Mary wartet, bis Robbie seine Hausaufgaben gemacht hat. Dann gehen sie gemeinsam nach Hause. Als Mary die Schule mit Robbie verlässt, ist sie glücklich. Ihre Kopfschmerzen sind ganz weg. Eine Weile später beginnt eine Sonntagsschule in diesem Gebiet. Mary ist eines der Kinder, die daran teilnehmen. Sie hört genau auf die Geschichten. Sie möchte so viel über die Bibel lernen, wie sie kann. Es ist Sonntagabend. Mary sieht Frau Evans vor der Kirche und fragt, Erinnern Sie sich, was Sie mir vor zwei Jahren versprochen haben? Dass ich, wenn ich lesen könne, zu ihrer Farm kommen und ihre Bibel lesen dürfe? Ja, antwortet Frau Evans. Ich erinnere mich. Kannst du denn jetzt lesen? Ja, antwortet Mary glücklich. Für die Sonntagsschule muss ich in der Bibel lesen. Darf ich bitte am Samstag kommen und ihre Bibel lesen? Ja, Mary, du darfst am Samstag kommen, antwortet Frau Evans. Du bist immer willkommen auf der Farm. Ich hoffe, der Herr segnet das Lesen seines Wortes an deinem Herzen. Frau Evans schüttelt Marys Hand. Dann steigt sie in den Wagen und fährt weg. Der nächste Samstag Nachmittag kommt bald. Sie stellt fest, dass es hier nichts gibt, was ihr Angst machen könnte. Frau Evans ist genauso nett zu ihr wie ihre eigene Mutter. Frau Evans führt Mary ins Wohnzimmer. Dort sieht Mary sofort die Bibel auf dem Tisch liegen. Mary, sagt Frau Evans, du kannst die Bibel hier lesen. Ich weiß, dass du sehr vorsichtig mit der Bibel umgehen wirst. Und ich bin mir sicher, dass du die Seiten vorsichtig umschlägst. Ich werde dich jetzt allein lassen. Lies, solange du willst. Wenn du fertig bist, kannst du in die Küche kommen. Dann werden wir noch eine Tasse Tee trinken. Frau Evans geht zurück in die Küche. Es ist sehr ruhig im Wohnzimmer. Das erste Mal in ihrem ganzen Leben ist Mary allein mit einer Bibel. Sie öffnet sie ehrfürchtig. Ihre Hand zittert ein bisschen. Das ist ein sehr kostbares Buch. Sie öffnet die Bibel bei Johannes Kapitel 5. Mary liest. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das ist es, was ich will, ruft Mary aus. Ich möchte viel lesen und die Schriften erforschen, wenn ich nur meine eigene Bibel hätte.